Hallo, hallo, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der alte Knacker aus dem rostigen Städtchen in der Lenkbach-Üben. Und wie ihr wollt, ich sitze im Eingangsbereich, der seitlich Kinderkram, das hoffentlich irgendwann mal das Museum für Flipperautomaten und Lego-Sätze eröffnet ist. Und ihr fragt sich jetzt sicher, ja warum ist er denn nicht beim YouTube-Videotisch im Saal Klassik? Na, ganz einfach, ich hab halt ein Packerl bekommen und ich hab mir gedacht, dieses Packerl packen wir jetzt gemeinsam aus. Ja, und ich hol's mal. Das ist geil. So, ich hab keine Ahnung, geht da rein. Da oben ist so ein. Denken wir nicht das nächste Pumstil, oder werden wir das jetzt eröffnen. Hab ich gedacht. Ein Zippsachbackel. Sehr schön. Komm bitte. Du bist nicht drüben, hätten wir eigentlich mehr. Wir haben einmal ein Sackerl zweimal Vierersteine. Gelb. Wir haben ein Sackerl zweimal Vierersteine in Rheingrün. Wir haben ein Sackerl einmal Zweiersteine. Wir haben eine Schachtel. Und so haben wir eine Schachtel. Wir haben ein Racer-Set. Wir haben ein Racer-Set. Wir haben ein Racer-Set. Die Racer sollen ja auch ins Kindergarten kommen. Wir haben noch ein Racer-Set. Wir haben noch ein Racer-Set. Wir haben noch ein Racer-Set. Wir haben ein Racer-Set. Wir haben ein Racer-Set. Wir haben ein Racer-Set. Wir haben ein Racer-Set. Racer-Set. Jetzt nehmen wir. Na schau mal. Wir haben einmal Zweiersteine schwarz, zweimal Vierersteine schwarz, zweimal Vierersteine blau. Das ist ja kompliziert verpackt. Wir haben Sondersteinchen und ein Zugdach für unseren Zugrekord. Wir haben diverse zweimal Vierersteine. Und diverse sonstige Dinge. Ha! Die gehören zu einem Weltraum-Set. Wir haben ein kaputtes Sackerl mit roten Einmal Zweiersteinen. Was machen wir heute? Wir haben ein kaputtes Sackerl mit roten Einmal Zweiersteinen. Wir haben ein kaputtes Sackerl mit roten Einmal Zweiersteinen. Das wird schwierig. Na, ich versuch's mal. Ja, es könnte funktionieren. Mit viel Glück. Wir haben ein Sackerl Gelbe Einmal Zweiersteinen. Mit zwei Löcher haben wir das Sackerl. Ganz schlecht. Wir haben ein paar Einzelne Einmal Zweiersteine. Ein paar Einzelne Einmal Zweiersteine. Eie, 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 eie. Ein paar Einzelne. So. Wenn man das dazu gibt. Wir haben ein kaputtes Sackerl. Einmal Zweiersteinen. Rot. Das geht nicht gut. Das hör ich schon. Dieses Sackerl ist so kaputt. Das sind alle Richtungen davon. Katastrophe. Wir haben ein Sackerl. Auch kaputt. Einmal Zweierlein. Wir haben ein Sackerl. Einmal zwei. Einmal zwei. Einmal zwei. Zweimal zehn. Auch schön. Wir haben ein Sackerl. Zweimal zehner. Genau. Wir haben ein Sackerl mit verschiedenen Zweimalziehnern. Wir haben ein Sackerl. Einmal zwei. Weiß. Wir haben ein Sackerl. Zweimal zehn. Und wir haben zwei falsch inventierte. Das sind falsch inventiert. Das sollten nur die alten sein. Das ist schlecht. Damit habe ich wieder nicht die Steine, die ich brauche. Wir haben ein Sackerl. Einmal zwei. Schwarz. Mit Pimpfelpupf. Und Grau. Mit Pimpfelpupf. Wir haben noch ein Sackerl. Mit weißen. Einmal zwei. Steinen. Alle mit Pimpfelpupf. Wir haben ein Sackerl. Mit roten. Pimpfelpupf. Braunen. Pimpfelpupf. Weißen. Pimpfelpupf. Gelben. Pimpfelpupf. Schwarzen. Pimpfelpupf. Dunkelgrauen. Pimpfelpupf. Hellgrauen. Pimpfelpupf. Roten. Pimpfelpupf. Braunen. Pimpfelpupf. Braunen. Pimpfelpupf. Grauen. Pimpfelpupf. Dunkelgrauen. Pimpfelpupf. und wir haben ein Sackerl mit Racer und dann haben wir noch die Steine, die jetzt zum Sackerl rausgefallen sind. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der es zusammenbaut. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kindergarten. Eine Hausübung. Hausübung, finde heraus, wie viele Steine das sind. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kindergarten.